Du weißt, was du wert bist, an Gehirn und holest dir und nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hinbeutest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. 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 Du bist besser.